Guten Morgen, das ist eine neue Arbeit, das ich habe gemacht, eine Mannerei in dieser Kapelle. Eine junge Frau auch, ich habe gemacht, und das Engel auch. Ich habe eine Recherchierung gemacht von byzantinischer Kunst und moderner Kunst. Für mich, das ist eine gute Arbeit und eine gute Mission. Auf Wiedersehen, vielen Dank für uns. Tschüss.